Was ist eine innergemeinschaftliche Lieferung? Die steuerbare Lieferung muss dann auch eine bewegte Lieferung sein, das heißt wir haben es also mit einem Liefergegenstand zu tun, der transportiert wird und der sich dann in einen anderen EU-Staat bewegt. Nur dann habe ich eine innergemeinschaftliche Lieferung, die unter den Voraussetzungen des § 6a und dem § 4 Nummer 1b dann auch steuerbefreit sein kann. Also sage ich auch immer, nur der Warenweg ist hier entscheidend. Wenn wir also hier sortieren, handelt es sich um eine Inlandslieferung, handelt es sich um eine Ausfuhrlieferung ins Drittland oder handelt es sich um eine innergemeinschaftliche Lieferung, stellen wir also hier auf den Warenweg ab. Nur der Warenweg ist der wahre Weg und wir beschäftigen uns heute eben in erster Linie mit den innergemeinschaftlichen Lieferungen. Die Voraussetzung für eine innergemeinschaftliche Lieferung, die steht in § 6a, heute schon. Heute finden wir aber nicht die Nummer 4. Und diese Nummer 4 kommt neu ins Gesetz rein zum 01.01.2020. Nämlich eine zusätzlich materielle gesetzliche Voraussetzung wird, dass der Abnehmer eine Umsatzsteueridentifikationsnummer aus einem anderen Mitgliedstaat verwendet, die gültig ist. Bisher war die Verwendung der Ustadiennummer ein wichtiger, gültiger Buchnachweis. Das heißt, ich musste also als Buchnachweis bereits jetzt schon eine gültige Ustadiennummer meines Erwerbers haben. Der Buchnachweis war aber bisher nur eine formelle Voraussetzung und ab 01.01.2020 wird eben die Ustadiennummer eine materiell-rechtliche Voraussetzung. Das heißt also, wir müssen diese Sachen unbedingt beachten. Normalerweise formelle Nachweise können immer auch noch anders beigebracht werden. Wenn es aber eine materielle Voraussetzung ist, ist die zwingend zu erfüllen, damit die Steuerbefreiung für eine innergemeinschaftliche Lieferung erhalten bleibt. Die Ustadiennummer musste auch bisher aus einem anderen Land kommen und sie muss dem Abnehmer gehören. Auch so sagt es das Gesetz. Ich brauche eine gültige Ustadiennummer aus einem anderen EU-Staat meines Abnehmers. Und mit Abnehmer ist gemeint, mein Vertragspartner, mein Erwerber, ja denjenigen, den ich auch als Debitor anlege. Da sind also ganz oft Fehler in der Praxis, das erlebe ich immer wieder bei Firmenschulungen, dass mir gesagt wird, wir zeichnen die Ustadiennummer des Warenempfängers auf. Das ist heute schon falsch und das wäre auch ab Januar falsch. Ich brauche immer die Ustadiennummer meines Vertragspartners und die muss im Zeitpunkt der Lieferung bereits gültig sein. Das ist heute schon falsch und das ist heute schon falsch.